Ein Furzimax steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen Bin Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Dachrailing, Einparkhilfe, und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 116 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Lager